Hallo Fans, großes Talent kommt zu Borussia Dortmund, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, gibt es einen echten Hammertransfer zum BVB? Das türkische Supertalent Ada Güler wird europaweit umworben. Als Favorit sieht ein Insider-Borussia Dortmund, laut Radio-Gol war Erol Tockezler der erste Trainer in Ada Gülers junger Karriere. Über die Zukunft des 18-Jährigen sagt er, vor zwei Tagen habe ich mit Ada Gülers Vater gesprochen. Sie stehen vor einer Entscheidung. So wie ich ihren Vater verstehe, wird er nach Deutschland ziehen. Es könnte Dortmund oder Leipzig sein, Ada Güler zum BVB? Das wäre eine echte Hausnummer. Laut Marker wird der Offensiv-Youngster auch von Real Madrid umworben. Als Transferkandidaten wurden außerdem der FC Barcelona, Paris Saint-Germain, der AC Mailand und Benfica Lissabon genannt. Der Teenager hat bereits vier türkische Länderspiele bestritten, ein Tor, und hat bei Fenerbahce einen Vertrag bis zum Sommer 2025. In der vergangenen Saison spielte er auf verschiedenen Positionen in Fenas Offensive, erzielte in 35 Pflichtspielen sechs Tore und lieferte sieben weitere Assists. In Istanbul trägt er bereits das prestigeträchtige Trikot mit der Nummer 10, ein Transfer zum BVB wäre vermutlich nicht sehr teuer. Laut Transferspezialist Fabrizio Romano soll der Vertrag von Ada Güler eine Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro enthalten. Der Celeste Stürmer aus der türkischen Hauptstadt Ankara erzielte am Montag, 19. Juni, im EM-Qualifikationsspiel gegen Wales, 2 zu 0, sein Debüttor für die Türkei. Trainer Stefan Kunz reagierte auf die Begeisterung nach dem tollen Spielzug ins Eck mit Lob und einem Verbesserungsvorschlag. Adas linker Fuß ist definitiv besser als meiner. Darüber muss man nicht streiten. Aber sein jetziger Körper ist wie mein Körper, als ich 14 Jahre alt war, sagte der deutsche Trainer laut Sport1 auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.